Abspielen von einer zwei Minuten Cylinder Abspielen von einer zwei Minuten Cylinder Und jetzt das Umschalten von zwei nach vier Minuten Wir nehmen die Model C Schauwdozen aus De Diamond B Schauwdozen reinstecken Gut festmachen Andere Cylinder ist auch gut Der vier Minuten Cylinder aufstecken So Anmachen Und umschalten nach vier Minuten Pichtel wieder auf Und fertig Pichtel 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 Pichtel